Wunderschönen guten Tag, herzlich Willkommen. Ich mach mal kurz den Zaun, einfach mal leiser. Und zwar herzlich Willkommen zu einer anderen Folge Sims 4, glaub ich was. Nee, SimCity ist was anderes, Bro, egal, SimCity ist was anderes, Bro. Auf jeden Fall zu Sims 4, herzlich Willkommen, ich bin Cidogge und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum bringt der jetzt täglich wieder Ding? Äh, hier, wie heißt das, ähm, täglich Sims, oder täglich zwei Videos, das ist jetzt normal, ich versuche jetzt täglich zwei Videos zu bringen, so. Und dann normal, hier beim Säubern. Das ist jetzt ein anderer Spielstand, aber ich spiel mal weiter dran. Ach, jetzt sind wir hier angelangt, ach, ich dachte, wir sind dann bang angelangt. Ich hab den Spieler jetzt schon eine Woche, äh, eine Woche, egal, zwei Wochen oder so. Ja. Zum Schluss, Tim Merkens. Ich glaub wir sind in der Arbeit zu, wie wir nicht schlecht werden, haben wir Arbeit. Jo, wir sind Künstler bei einer Arbeit. 29 Dollar pro Stunde. Rieder Urlaub kann ich mir nehmen, Hol想 mal frei. Das ist schon mal schön, das wird frei haben. Wow. Wow. 2 und 5 4 2 3 nicht mehr. So, wollen wir uns dann einfach mal ja warum wir da essen? Das ist echt stark was. Wolltest du denn überhaupt essen? Ne, du hast ja keinen. Hör mal um den Fischstack was, keine Ahnung. Dann wollen wir auch. Er ist trotzdem ein harter Boy. So, dann wollen wir uns sagen, hoffen draußen nochmal Leute rum mit denen man sich unterhalten kann, weil mein Social ist komplett unten. Da rennt gerade eine lang. Oh, als wäre das die einzigste ist die hier jetzt gerade lang da rennt. Ja, haha, moin, Digga, ja, moin, leg mich am Arsch. Ich würde mich freundlich vorstellen, immer freundlich vorstellen. Wir werden erstmal unsere sozialen Kontakte knüpfen. Ich glaube das ist die einzigste, die so in der Nähe ist. Sie ist komplett, also sie hat gerade irgendwie Bock drauf. Ach du Scheiße, ich könnte jetzt sowas raushauen. Ich glaube ich weiß, ich könnte jetzt grüße gehen raus an die Person, die so aussieht. Die Person, die ich jetzt gerade meine, die weiß es glaube ich. Die weiß glaube ich, weil ich damit meine, grüße gehen raus. Ich glaube die Person weiß, wen ich meine. Ja, ich glaube die Person weiß. Ja, ich glaube die Person weiß. Hä. Frau. Ich habe mit den hocksichen. Äh, Wo, ja. Wir haben gar keine Muskeln. Oh nein! Die persona characteristics auf Ferieken. um ab nachhaltig künstlerisch die müde zeiget hoch zeiget hoch nicht nein du machst kein Nickerchen du gehst schlafen ich muss sagen dass du dir Zeitnummer hast ja bitte bitte du willst deine Handynummer her ok auch schlafen so sozialer der Hunger hält sich auch in Grenzen so dann könnten wir ja mal jetzt aufstehen so dann gehst du ganz oben Hunger mach dir mal ein kleines Frühstück Frühstücken Eier und Toast neuer Tag, neues Glück ne Hunger ein verkackst das nicht das so dass er kann im Ernst und dazu geben das kann er den gleich ok er hat nicht verkackt okay ist das ist nicht es doch frühstück ja 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 selbst eingerichtet glaube ich nicht ausgezeichnet nur ausgezeichnet mit auf dann sind um nun da man ist es ist ein bisschen schneller ich habe auch mal ein uns ich mache auch ein mal schauen wie das schmeckt das ist im skippen nicht machen dann möchte ich nicht dabei sein Nein Nein die die Mauer schlack das Gemälde auf Kunstlevel Kunstlevel 6 Kunstlevel 6 Wir sind hier im Kochen 05, Fitness hoch und Fitness machen wir noch, alle bewegen schon jetzt, lol, die Gälder, müssen wir in einer Stunde bei der Arbeit sein, das ist nicht künstlerisch, ich kann, warte, 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 ich habe Post bekommen, ich habe Post bekommen, warte, hey, 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 du hast Post, eh, du musst eh jetzt zur Arbeit, du musst zur Arbeit, Erspiel her es geht da geht so hoch Künstler und die und 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 er hat abend Macaroni und Käse das um auch noch trainieren wenn man nicht noch auch jetzt hat das Ding hatte klingelt und hofft der Kumpel Kartenkanzler und zwei Frauen das ist das Konzert und Kinderperversen umarmen 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 unsere Energie geht jetzt schon wieder runter ich wusste, dass es geht in den Kühlschrank legen da haben wir nichts verständet das heißt, man kann mit ihr wir müssen ihren Tag verschönen wir müssen ihre Dinge hier hochkriegen kennenlernen, wir müssen sie kennenlernen sie ist böse die 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 Karrierefallen. Selbstsicher. Umarmen. Eigentlich freundlich. Bewunderung aus. Tag verschönern. Ein paar Tage verschönern. Ein paar Tage. Gemeinsames Foto machen. Kann immer den Tag verschönern. Level 2. Ich sehe schon, dass du das kannst. Ich sehe schon, dass du das kannst. Du witzig. Du witzig. Du witzig. Du witzig. Du witzig. Du witzig. Ich brauche eine Frau. Ja, du witzig. Na, komm, mach noch mal ein Foto. Mach noch mal ein Foto. Köln, die Ansozial ist komplett oben. Wir sind so glücklich. Wir sind so glücklich. Wir sind uns super glücklich. Wir sind ungeblich. Wir sind uns verletzt. schütteln ein mann nur kunst wenn ich auch wieder sehen nicht auf Wiedersehen Auf Wiedersehen, Halsmaul. Nicht auf Wiedersehen. Mehr Auswahl. Läufig. Mehr Auswahl. Ah. Einfach mehr sind müde, ne? Ja. Nein, 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 nein. Das ist so gut, nein. Nein, das ist lustig. Kann man Parodon. Bewunderung ausdrücken. Kompliment über Ausdrücken. Von Ideen erzählen. Oh, Level 2 der Comedy-Fähigkeit. Ich bin verspielt, okay. Ich bin verspielt, okay. Ah, aha. Gibt's? Gibt's? Beste Freunde werden. Bugfighter gehen würde ich nicht machen. Bugfighter würde ich nicht machen. Bugfighter würde ich nicht machen. Gibt's? 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 Nürn die Schilder um um ja für mich ja haben die Ich kann mir nicht sagen, Dicke zu gehen. Ok, das war besser zu hier. So, ich kann mir nicht sagen, dann müssen wir um das... Oh, verdammt die Dase ist schlecht. Das war in drei Stunden. Verwenden und danach wieder schlafen. Es geht schon. Oh, tut du besser, ne? Was kannst du weiter schlafen? Wir nehmen uns heute einen Urlaubstag. Vielleicht geht's ja. Mal schauen, ob unser Schöpfnis bei geht. Rühr einen mit Speck. Junge, mach erst mal ein Essen. Und dann kannst du weitermachen. Ah, verdammt die Zube... Oh, das hat geknackt. Gut, ich würde sagen, wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Ähm... Was sehen wir? Und speichern das Ganze. Das ist übrigens mein erster Spielstand, wo ich einfach mal so aus Fun gezockt hab im Stream, aber... Ja, ich bin mir sicher, das zu überschreiten. Gut, dann würde ich sagen, das war's für die heutige Folge Sims 4. Wir sehen uns in der nächsten Folge Sims 4 wieder. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Lasst ein Dislike da, wenn ihr nicht mehr davon sehen wollt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Dislike da. Und wenn ihr ein Dislike da lasst, dann schreibt mir in die Kommentare, warum ihr ein Dislike da gelastet. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao, ciao!